ok diese app hier will mich definitiv verarschen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play rserver mit mir dem thorsten und eigentlich wollte ich ja clash of clans mit ausspielen aber ich habe ja die tage schon mal gesagt dass mich hier so eine app auf meinem tablet nervt ohne ende kann ich euch sagen das ist nicht der rserver hier der rserver für windows ist in ordnung den habe ich mir gekauft für ein paar euro aber die app hier die ist so scheiße muss ich wirklich mal so sagen ihr seht ihr seht es noch nicht jetzt seht ihr es erst es taucht irgendwie immer zweimal mein rserver hier auf und der trennt mich hier immer der trennt mich hier das ist ganz ganz komisch einfach so plötzlich so ist das ganze wieder weg und es kotzt mich muss ich auch sagen so ein bisschen an ich denke mal es liegt an der echt scheiß app die ist jetzt auch nicht von der von den herstellern der rserver software sondern sie ist von irgend so einem hingefallenen vertreter der irgendeine app macht und nicht nicht genau weiß was er macht aber das eigentliche kleine problem ist eigentlich dass wie hier das ganze am tablet ohne ruckeln hinkriegen denn an meinen großen handys das zeige ich morgen mal da jetzt geht die app wieder weg pass mal auf ruckel 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 getrennt es ist echt es ist echt der hammer ich habe das ganze ja schon mal im stream getestet und es ist echt der hammer und von meinen beiden wirklich leistungsstärksten handys die ich habe da ruckelt clash of clans da ruckel clash of clans aber hier von meinem tablet geht das eigentlich wunderbar ich habe mir auch ein iphone ausgeliehen von alex da habe ich das ganze oder da will ich das ganze auch mal testen nicht dass hier noch so ein apple gerät rein muss ins netzwerk oder so aber es kotzt mich schon so ein bisschen an und ich nehme ich nehme mir jetzt schon mal das kabel von der elgato denn da klappt das ganz ganz sicher da werden wir nicht getrennt und können in jedem fall das machen was wir eigentlich machen wollten ja wir wollen die royale championnatin hier also den royal champion auf level auf max level 10 ich habe mich doch jetzt um entschieden ich nehme den hammer nicht für den end level des kings sondern ich nehme den hammer für den end level der royal champion auch wenn ich hier im pass noch nicht ganz so weit bin denn ich bin erst bei 1930 punkte und ich bekomme ja hier erst die dunkle rune bei 2150 unerreichbar aber ich habe ja gestern gesagt vielen lieben dank für die zusatzmedaillen und deswegen können wir uns die hier an die können wir noch gar nicht die können wir noch gar nicht level ich muss erst mal das dunkle eben sammeln warte mal ich muss eben erst mal das dunkle sammeln das müssten eigentlich 30.000 hier im pass sein und ich freue mich immer über die die immer schreiben ja ich bin ja ganz fully max die free to play und so weiter aber sind wir mal ehrlich klar ich habe hier natürlich jetzt noch ein zwei heldenbücher eins gibt es noch am ende für mein king natürlich habe ich hier immer mal wieder ein büchlein gekauft für 2,90 euro und auch hier beim händler habe ich immer mal wieder das 500 gem buch genommen gar keine frage aber ihr könnt mir ja nicht ich meine klar es gibt immer viele die sagen ja ich bin hier fully maxed free to play by clash of clans aber rennen jeden monat in in den game store und holen sich ein xbox spiel und ein playstation spiel und bla 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 okay alles klar ihr wisst die sind auch nicht gerade billig und ich paye halt hier rein weil ich halt für andere games nichts ausgebe und da finde ich das nicht ganz so schlimm das hält sich auch bei mir immer ein bisschen in grenzen die angebote hier sind immer verlockend hier gibt es auch wieder ein book of heroes und die verbindung ist wieder weg dann schalten wir mal um hier auf die elgato dann ist das echt mal also die app der airsoft ist in ordnung aber die app ist scheiße na ja vielleicht funktioniert sie denn doch etwas besser mit apple geräten keine ahnung aber ich weiß ich habe die heute nachmittag laufen lassen über drei vier stunden da hatte ich keinen absturz gehabt und plötzlich weißt du murphy schlägt zu toto ist in der aufnahme und dann stößt die scheiß software die ganze zeit ab also nicht die software sondern die app der airsoft ist in ordnung ich kann ihn sicherlich irgendwann mal gebrauchen aber die angebote sind 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 ja ganz nett hier und dennoch wollte ich die jetzt hier hoch machen ich glaube ich habe noch ein heldenbuch ich habe noch ein heldenbuch hier das machen wir jetzt auch mal denn wir wollen auch mit der so ein bisschen angreifen also erstmal nehmen wir die 208000 nehmen das heldenbuch damit haben wir sie schon mal auf level 18 jetzt habe ich hier noch einen hammer den hatte ich schon länger der war eigentlich für den king gedacht aber wir nehmen das jetzt mal für die für die championatin und ich habe hier jetzt auch noch kann jetzt noch ein hammer nachkaufen 165 und kann mir dann auch noch nochmal warte mal 320 kann ich könnte mir nochmal zweimal zwei mann hammer gönnen aber wir nehmen die hier jetzt erstmal auf dem max level und damit haben wir den nächsten champion hier durch auf den höchsten stand nehme ich auf level 20 jetzt brauchen noch fünf level der king und zwei bücher stecken ja hier noch im pass drin denn ein buch ist hier ist hier vorne glaube ich gewesen das habe ich noch nicht genommen ist hier vorne noch gewesen habe ich gesagt da ich habe es noch nicht genommen vielleicht kommt ja noch eins im shop oder so dann kann ich es nicht aufnehmen und ich meine es gibt noch eins hier hinten ja es gibt noch eins hier hinten also die haben wir auf jeden fall erstmal auf level 20 und müssen uns um das dunkle nicht mehr kümmern ein bisschen sorge habe ich hier um mein labor aber lasst uns erstmal ein bisschen clash of clans spielen also auch mal ein bisschen angreifen denn jetzt müssen wir wieder ein bisschen dunkles farm für den dicken fünf level hammer zu machen das kriegen wir sicherlich hin und mit zwei bücher dreimal pennen ich habe ja gestern schon gesagt ich will unbedingt hier die cks weiter mitspielen um am ball zu bleiben ich habe auch eine echt komische truppe am start sehe ich gerade aber wir brauchen der dunkle das ist hier in den bohrern wisst ihr was wir machen das mal eben das mache ich aber mal eben anders denn alle drei bohrer sind hier außen warte mal die drei bohrer holen wir uns mal eben einmal hiermit einmal hiermit und einmal damit so damit 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 und da können wir ruhig ein paar pokale verlieren aber für 3942 dunkles da droppe ich gerne ein paar pokale minus 26 das ist ja absolut nicht schlimm ich wollte mich hier so ein bisschen in champ 1 festsetzen wir haben hier jetzt nichts an helden verloren okay die 30 sekunden heldenreck die kriegen wir jetzt gerade rum und dann machen wir hier weiter okay den nehmen wir mal mit den nehmen wir mal mit ich habe eine komische armee am start mit queen war queen charge und ihr seht das hier unten habe ich die mauerbrecher ja auf meinen max level also mein labor läuft im moment leer da kommen wir aber noch in einer anderen folge zu aber ich denke mal das muss ich unbedingt mitnehmen hier ich weiß nur noch nicht genau wie aber da kommen wir rein da könnten wir was reißen ich habe kein ballon dabei das heißt also meine heiler hier könnten auch das zeitliche segnen durch luftminen die jetzt noch nicht da sind und gucken wir mal wir haben hier auch ich habe ich habe viel zu viele viel zu viele meiner und viel zu wenig hocks glaube ich dabei ich wollte ja ein bisschen mit der armee üben hier mit der hybrid armee und da lassen wir hier mal unseren king laufen hier außen setzen wir mal ein magier und in wut kommen hier unsere mauerbrecher da rein ja tolle wurst was soll ich denn da naja gut ich denke mal wir kriegen das rathaus trotzdem irgendwie mal gucken wenn die denn rum geht aber die geht jetzt schon nach dort wo sie ja die luftabwehr ist jetzt weg haben wir sehen mal sehen vielleicht dreht sie sich ja doch noch um wir nehmen mal ganz schnell unsere unsere von da das macht es aber nicht okay dann müssen wir glaube ich hier die gegnerische clan book etwas giften und auch hier unseren wutzauber nehmen mal sehen ob die jetzt wenigstens da unten bleibt das wäre gar nicht mal so schlecht wenn die jetzt echt da unten bleibt ich habe aber meine meine maschine auch noch gar nicht gesetzt okay die bleibt jetzt da ja super und wo nehme ich denn jetzt meine maschine wo nehme ich jetzt meine maschine ich glaube die nehmen wir mal hier hinten und dann kann die da ganz ganz locker gehen wir haben hier noch unsere meiner am start und jetzt muss ich mal eben sehen das rathaus ist noch nicht aktiviert okay das rathaus ist noch nicht aktiviert hier unten haben wir noch ein bisschen zeit wir schicken mal gerade einen meiner hier aufs rathaus dass er das kurz mal anheatet dass es aktiviert wird aber ach das ist das ist im ausbau das ist im ausbau okay das ist im ausbau das ist natürlich noch viel besser dann können wir hier eigentlich alles drauf schicken jetzt schießt der adler schon kommt die hoggys da mit rein unseren worden und die royale champion hier mit hinterher so dass wir da noch oder meine queen meine queen meine queen wäre dort fast verreckt okay jetzt können wir aber ein bisschen was tun hier mal sehen ich glaube ich hier gibt es am meisten beschuss würde ich sagen da gibt es am meisten beschuss und hier müssen wir einmal unseren worden zünden naja da sind wir noch ganz gut dabei die skellys sind auch schon mal weg jetzt müsste es aber eigentlich auf den scattershot hier gehen da ging es jetzt auch gerade rauf okay unsere royale championatin ist noch da in der hoffnung dass da ein bisschen was hingeht hauen wir hier noch mal den heil glaube ich auf den ah der war zu spät der war zu spät aber ich glaube wir kriegen doch ich glaube wir kriegen ihn doch um hier noch die pokies mitzunehmen acht sekunden noch einmal gezündet hier damit ist das ding weg hier und schaffen die da auch nein das wird ein 99er gut dass das kein ck angriff war oh scheiße gut dass das kein ck angriff war man 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 okay aber geht ganz gut so jetzt habe ich eine etwas andere armee ich quick traine die eben noch mal nach ähm halt dann machen wir die und ähm die war jetzt nicht schlecht warte mal zwei 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 die freeze sauber weiß ich nicht zwei freeze oder oder doch nicht mitnehmen aber die haben wir hier ein bisschen viel da haben wir ein bisschen wenig von so 17 dann nehmen wir noch mal hier 121 ich glaube so das könnte eine ganz gesunde mischung sein für so eine hybrid armee hier wir fordern das auch noch mal an einmal hocks wut hier machen kurzen cut ich habe mir hier ein trank rein trank der frank so juss und dann sehen wir uns gleich zum nächsten angriff wieder ein bisschen üben mit unserer level 20 royal champion frau ist eine frau ja und da müssen wir nur noch den dicken hier ein bisschen hoch prügeln ich habe ein von sechs mauerarbeitern frei erbauarbeitern frei den wollen wir auch irgendwo mal beschäftigen vielleicht machen wir auch nur eine mauer aber erst mal muss ich kurzen weg machen dann machen wir hier noch einen zweiten angriff oh mei leute die suche ist schleppend aber es geht wer übrigens mehr videos von mir sehen wollt abonnieren glocke stellen und vielleicht das video am ende liken wenn es euch ganz gut gefällt was ich hier so verzapfe und ja wir nehmen die mal mit der hat jetzt ein bisschen was im ausbau ich weiß es ist jetzt nicht ganz ck-like aber ich weiß noch gar nicht wie ich den mache oben unten mitte scattershot da adler da mauerbrecher da ja mal gucken wir schauen mal wie unsere queen hier so ein bisschen durchgehen kann ihr seht ich habe jetzt ein paar langs dabei hurra der tutor hat da mal daran gedacht ich habe jetzt ein bisschen anders mal nachgebaut und hier hinten der magier und vielleicht auch der barbar könnten ein wenig helfen das ist noch so ein bisschen spender truppen like und so damit ich das da an der stelle nicht vergesse nehme ich jetzt einmal die mauerbrecher hier rein oder unten ist schon mal eigentlich ganz gut gekleert das sieht gar nicht mal so schlecht aus oder die gehen ganz gut durch da aber ich glaube bis zum adler kommen wir nicht da fehlt jetzt so ein bisschen der sprung zauber ich habe schon zwei meiner hier weggenommen beziehungsweise habe dort zwei meiner schon mal eingesetzt aber das sieht aber noch ganz gut aus kriegen wird sich jetzt gehen zu den skeletten das kostet jetzt im moment nur ein bisschen zeit und ich muss jetzt aber mal gucken wie wir hier weiter vorgehen ich denke mal unsere maschine könnten wir euch mal eben schauen da könnte der king gehen wir lassen die maschine aber hier raus mit dem ohne alles wir lassen den ohne alles raus hier oben nehmen wir den king rein und unsere queen müssen wir jetzt die muss jetzt erstmal den adler erschaffen nicht nicht den adler entfernen oder erschaffen okay unser king soll aber so ein bisschen funnel king andere seite okay unser king funnel dort auch nicht alles klar dann müssen sie eben mal zwei meiner machen und dann können wir jetzt aber glaube ich was nimmt man denn eigentlich erst erst meiner dann hocks oder erst hocks dann meiner egal wir nehmen die hier dreien und hinterher hinterher so so muss das jetzt reingehen in die base hier müssen wir ein wenig heilen das sieht noch ganz gut aus so hoggies sind da am start die championatin ist am start das ist noch ganz cool und wir nehmen jetzt mal unseren worten hier ich glaube der ist ganz gut genommen da an der stelle ja das passt den wut kann ich jetzt nehmen ich weiß gar nicht okay ich wollte gerade sagen ich weiß nicht wo meine heilerin ist aber ich weiß wo meine championatin ist die habe ich hier jetzt gerade gezündet alter ist auf 20 stark ist die auf 20 stark alter falter auch das haben wir ganz gut gerissen hier okay unrealistische bedingungen keine clanburg und auch sonstiges nicht ich kann den hals aber sogar jetzt ist zu wecken hier für meine hocks und für meine für gar nichts aber ist egal wir sind hier noch am farm und so ein bisschen am üben ich denke mal das muss ich auch aber 7000 wollte mir gehen lassen der bonus ist ja auch ganz in ordnung deswegen champ 1 ist für mich im moment echt die richtigere liga und ich werde so ein bisschen weiter üben mit der armee denn die kann ich gar nicht das habt ihr die tage mitbekommen die kann ich nicht wirklich und muss da ein wenig üben ich hoffe das ganze wie gesagt hat euch ganz gut gefallen von hier aus also champion schon mal 20 weiter geht's in king level und last but not least aber kadabra eine mauer wir machen eine mauer dann haben wir auch nicht mehr ganz so viel wie viel müssen wir noch machen wie viel morgen muss der tote noch machen 55 ja passt wunderbar machen wir irgendwann mit kobe ist oder mit was auch immer vielleicht geben auch mal so ein kleines stück nach oben ihr seht ich habe ja nicht mehr so wirklich viel zu machen hier das hält sich hier mittlerweile auch in grenzen und den nächsten bauarbeiter schicke ich auf jeden fall auf die reise denn in wie viele tagen in elf stunden haben wir den nächsten bauarbeiter frei also ich mache hier noch ein bisschen was ich hoffe wie gesagt das hat euch gefallen und wir sehen uns in jedem fall wieder ich werde euch morgen so ein bisschen technisch beglücken und dann werde ich euch auch erzählen was es am wochenende so ein bisschen gibt also wir werden am wochenende ganz ganz hart streamen von was und warum und wieso das werdet ihr dann sehen vielen lieben dank bis dahin euer toto